Wer sich heutzutage ein Premium SUV gönnt, der geht natürlich auch pfleglich damit um, genau wie wir. Doch wir haben gerade ein ganz anderes Problem, denn wir haben unseren F-Pace anscheinend zu heiß gewaschen. Das Ergebnis steht hier. Willkommen auf Corsica. Wir testen heute den neuen Jaguar E-Pace. Mit 4,40 Meter Länge ist der Jaguar E-Pace rund 30 Zentimeter kürzer als sein großer Bruder F-Pace. Interessant ist jedoch, dass der E-Pace, obwohl mit 1,98 Meter breiter auch rund 9 Zentimeter schmaler als der F-Pace, dennoch rund 85 Kilogramm mehr auf die Waage bringt. Das Exterieur des E-Pace zeigt typische Jaguar-Proportionen und Linien. Der große Kühlergrill wird eingerahmt von den serienmäßigen LED-Scheinwerfern, die an die Augen des Sportwagens F-Type erinnern. Auf Wunsch gibt es für den E-Pace aber auch Matrix-LED-Leuchteinheiten, die je nach Situation automatisch den Lichtkegel anpassen. Zusammen mit den großen Lufteinlässen wirkt die Front des E-Pace so extrem bullig. Im Vergleich zu seinen Wettbewerbern vom Schlager eines Audi Q3, Volvo XC40 oder BMW X1, ist er zwar ähnlich lang, aber deutlich breiter. Ein echter Hingucker für Jaguar-Fans sind die zwei schleichenden Raubkatzen, die es als schwarzes Motiv am unteren Rand der Windschutzscheibe zu entdecken gibt. Von der Seite betrachtet wirkt der E-Pace zunächst tatsächlich wie ein gestauchter F-Pace. Ein Grund hierfür sind sicher die mehr als 20 Zentimeter Bodenfreiheit bei einem Radstand von 2,68 Meter, die auf Offroad-Qualitäten hoffen lassen. Die Kombination aus den tief in die Seite gezogenen Scheinwerfern, den bis zu 21 Zoll großen Rädern und den stark ausgestellten Schultern geben ihm einen sehr eigenen Look. Auffällig ist zudem das Zusammenspiel aus abfallender Dachlinie und Fenstergrafik, welches den sportlichen Eindruck des Hecks betont. Die Signatur der LED-Rückleuchten zeigt den mittlerweile typischen Schwung der F-Type-Lichter. Sie sind zusammen mit den breit ausgestellten Radhäusern und den bündig integrierten Endstücken der Abgasanlage verantwortlich für den dynamischen Eindruck des Hecks. Der Jaguar E-Pace ist der erste Jaguar, für den es nur Vierzylinder-Zwei-Liter-Aggregate gibt. Zwar sind es insgesamt fünf. Wir haben hier drei Diesel, die leisten entweder 150, 180 oder aber 240 PS. Und wir haben zwei Benziner, die leisten entweder 249 oder 300 PS. Wichtig ist nur, für den kleinsten Diesel gibt es den Jaguar E-Pace als Fronttriebler. Ansonsten hat das Auto eigentlich immer Allrad. Und außerdem ist auch noch wichtig, es gibt für die kleineren Motorvarianten das Fahrzeug immer auf Wunsch, auch mit einer 6-Gang-Handschaltung oder aber dann mit dem Automatikgetriebe. Bei den großen Motoren ist immer Allrad dabei und natürlich immer auch das Automatikgetriebe von ZF mit 9 Gängen. Unser Testwagen hat die Top-Motorisierung, also den 3-Liter-Vierzylinder mit 300 PS an Bord. Der liefert zudem noch 400 Newtonmeter maximales Drehmoment und ist gekoppelt mit der 9-Gang-Automatik und natürlich dem Allrad-System. Außerdem mit an Bord, das ist ganz wichtig, haben wir hier das neue sogenannte Active-Drive-Line-System. Das heißt, wir haben ein echtes Torque-Vectoring, das bis zu 100 Prozent der Kraft an ein Rad gibt. Und das wirklich blitzschnell, wenn nötig. Das merkt man insbesondere auf den kurvigen Strecken, weil das Auto weder wirklich unter- noch wirklich übersteuert. Da greift das System sofort sehr gut ein. Das Auto fühlt sich unglaublich stabil an und das ist auch ein Grund, warum man mit dem Wagen viel schneller fahren kann, als man es eigentlich von einem SUV erwartet. Was noch dazukommt und was das Gefühl von Sicherheit vermittelt, ist ganz klar, dass das Auto sich eigentlich überhaupt nicht neigt. Also man hat wirklich immer ein sehr gutes Gefühl im Fahrzeug und immer ein bisschen mehr das Gefühl von Sportwagen als von SUV. Zum Motor noch ganz kurz. Wenn man über 300 PS redet, dann denkt man, okay, da ist richtig Power hinter. Bei diesem Wagen ist es so, selbst wenn man im Sportmodus fährt, hat man immer das Gefühl, da müsste noch mehr kommen. Aber in dem Moment, wo man manuell schaltet und den Wagen so zwischen, sagen wir, viereinhalb bis sechstausend Umdrehungen hält, geht richtig die Kuh ab. Denn dann hat man echtes Sportwagen-Feeling. Basis vieler Sicherheitssysteme des E-Pace ist eine Stereo-Kamera. Sie bietet die Sensorik für den serienmäßigen autonomen Notbremsassistenten und den in der Basis enthaltenen Spurhalteassistenten. Aber auch zum Beispiel für den optionalen adaptiven Tempomaten mit Verkehrszeichenerkennung. Zur Serienausstattung des E-Pace gehören zudem unter anderem eine Rückfahrkamera, Parksensoren vorne und hinten sowie ein Fußgänger-Airbag. Was Jaguar beim E-Pace wirklich geschafft hat, ist, dass wir hier ein sehr fahrerorientiertes Ambiente finden. Das heißt, man ist als Fahrer richtig eingepackt, sitzt schön im Auto und auch als großer Fahrer richtig bequem. Und das gibt einem so ein bisschen mehr Sportwagen-Gefühl, als man es von vielen SUVs kennt. Außerdem muss ich sagen, ich finde hier die Materialauswahl und auch die Verarbeitung wirklich richtig klasse. Es ist sehr ansprechend. Der Wagen wirkt modern, bietet auf Wunsch ein über 12 Zoll großes Cockpit hier, voll digital. Er hat im Standard ein 10 Zoll großes Touchscreen in der Mittelkonsole mit modernstem Infotainment dahinter. Ich muss sagen, insgesamt wirkt das Paket nicht nur hochwertig, sondern außerdem auch richtig modern. Das Touch Pro Infotainment-System mit seinem 10 Zoll Touchscreen gehört zur Basisausstattung des E-Pace. Optional bietet Jaguar zudem ein voll digitales 12,3 Zoll Instrumenten-Display und ein LED-beleuchtetes TFD-Head-Up-Display. Zum Anschluss mobiler Geräte verfügt der E-Pace außerdem über 5 USB-Anschlüsse und ein 4G-Wi-Fi-Hotspot. Der Kofferraum des kompakten SUV bietet 557 Liter Ladevolumen bei aufgestellter Rückbank. Er ist somit absolut wettbewerbsfähig. Zum Vergleich. Der BMW X1 bietet 505 Liter. Der neue Volvo XC40 460. Mit umgeklappten Sitzen sieht die Welt jedoch anders aus. Hier lässt der BMW mit maximal 1550 Litern die Konkurrenz hinter sich. Die maximal 1234 Liter beim Jaguar sowie die 1336 des Volvo können ihm nicht das Wasser reichen. Den E-Pace gibt es mit einem 150 PS starken Diesel und Heckantrieb bei uns ab 34.950 Euro. Ein ähnlich motorisierter Audi Q3 oder Mercedes GLA kosten rund 1500 Euro weniger. Das war es hier von der Insel Corsica und meiner Testfahrt mit dem neuen Jaguar E-Pace. Und nicht nur die Insel hat sich dank der Sonne und dieses Winds wirklich von ihrer besten Seite gezeigt, sondern auch dieses neue Compact SUV. Denn hier auf den kleinen Straßen unterwegs zu sein, macht damit richtig Spaß. Was mir wirklich positiv aufgefallen ist, ist einfach die Optik des Autos. Denn der Wagen hebt sich aus der Menge der Compact SUVs extrem heraus und hat einen absolut eigenen Look. Natürlich bietet er weniger Platz als zum Beispiel ein F-Pace, aber er bietet auf jeden Fall mindestens genauso viel Fahrspaß. Untertitelung des ZDF für funk, 2017